Sport TV 22 baut bei mei Sport, mei Story. Und heute haben wir sie da, die Tiroler Meisterin von 2020 in der U12, die Anna Bircher. Unser neues Tennistalent in Österreich. Anna Oberbullendorf, ich sage gesagt, nächste Woche geht's los. Freist dich schon? Auf jeden Fall, dass jetzt mal auch wieder ein Turnier stattfindet. Hast du fest trainiert über den Winter? Ja, ich spiele jetzt sechs Mal die Woche, also zweimal am Tag, zwei Stunden. Das gefällt mir auf jeden Fall und ich habe auch fest trainiert. Wie man sieht, hast du dich ein bisschen verändert über den Winter? Ja, ich habe eine Nährungsumstellung gekriegt, also mehr Eiweiß, weniger Kohlenhydrate, Fett, weniger Zucker. Da muss man natürlich auch mehr gesundes Essen, Gemüse sprossen zum Beispiel. Anna, jetzt bist du am Tennisplatz, mehrere Stunden am Tag, sechs Mal in der Woche und du wirst ziemlich einen Trainer verschleißen. Wer trainiert mit dir? Also meistens mein Trainer, der Hannes König und manchmal meine Mama. Anna, jetzt geht es nächste Woche nach Oberbullendorf. Wer fährt denn da mit dir hin? Also meine Mama und mein Papa. Papa ist fürs Fahren zuständig und meine Mama spielt bei mir ein fürs Essen. Und fühlst du dich da wohl dabei? Immer. Wir wünschen dir alles Gute für 2021, auch bei den internationalen Turnieren und vielleicht das ein oder andere Berichten, sogar über einen Sieg. Wir würden uns freuen. Alles Gute. Danke. Anna Bücher aus Zams. Wir wünschen dir viel Erfolg für die Saison 2021. Ich wünsche dir viel Erfolg für die Saison 2021.